Wir irren jetzt schon, glaube ich, eine Stunde durch Freiberg rum, weil wir haben, also ich habe mir nicht gemerkt, wo der Parkplatz ist. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir haben uns vorgenommen, die nächsten Tage ein bisschen mehr die Heimat von Chrissi zu erkunden. Deswegen steuern wir ein paar Ausflugsziele hier in Sachsen an und checken, ob es sich lohnt, dorthin zu reisen. Und wenn ihr Lust habt, kommt gerne mit. Wir sind insgesamt knapp 800 Kilometer durch Sachsen gereist und haben die Heimat einmal ganz genau unter die Lupe genommen. Es ging entlang der sächsischen Silberstraße bis tief ins sagenumwobene Erzgebirge, durch eine der schönsten Städte ganz Deutschlands, die Landeshauptstadt Dresden, bis ganz in den Osten des Freistaats, ins Elbsandsteingebirge und die Lausitz. Das Finale unserer Tour haben wir im Raum Leipzig verbracht. Den ersten Teil gibt's heute und los geht's! Wir sind in Meißen und jetzt gucken wir uns das Porzellanmuseum an. Bestimmt cool! In Meißen wurde sächsische Geschichte geschrieben. Meißen, oder wie die Stadt sich selbst nennt, die Tausendjährige, empfängt jährlich Besucher und Besucherinnen aus aller Welt. Die imposante Albrechtsburg ist das älteste Schloss Deutschlands und begeistert mit überwältigender Architektur und faszinierenden Exponaten. Die Stadt gilt als Wiege Sachsens, denn das Land Sachsen hat in Meißen seinen Ursprung. Aber Meißen hat noch einiges mehr zu bieten. International berühmt ist die Stadt an der Elbe für die Herstellung des Meißener Porzellans, das als erstes europäisches Porzellan seit 1708 hergestellt wird. Das Museum der Meißen Porzellanstiftung zeigt Werke aus 300 Jahren Manufakturgeschichte. Exponate aus allen Epochen illustrieren das Schaffen der ältesten Porzellanmanufaktur Europas. Das geschichtsträchtige Signier der Porzellanmanufaktur Meißen, die blauen gekreuzten Schwerter, steht weltweit für die Echtheit und Qualität des Meißener Porzellans. Das erste Markenzeichen Europas wurde 2022 300 Jahre alt. Nachdem der Geheimnisträger Samuel Stölze nach Wien geflohen war und das Geheimnis der Porzellanherstellung ausgeplaudert hatte, gründete man dort die zweite Porzellanmanufaktur Europas. Zunächst kopierte man alles, was aus Meißen kam. Deshalb schlug der damalige Inspektor der Manufaktur, Johann Melchior Steinbrück, im November 1722 vor, die gekreuzten Schwerter des kur-sächsischen Wappens zur Kennzeichnung der originalen Meißener Porzellane zu verwenden. Es war doch sehr schön, extrem viele Exponate, der Wahnsinn. Und ich will nicht wissen, wie viel die so wert sind. Vor allen Dingen auch extrem detailliert bearbeitet. Also richtig cool, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weißt du, wer das Porzellaner gefunden hat? Nee, wer denn? Das Ger. Aha, Mensch, das ist ja interessant. Sagen wir mal, kleine Bildungslücke. Wie war eure Zeit? Was macht Hedi? Hedi hat zwei Knabberstangen verzilgt. Schön. Und ein bisschen was von ihrer Leine. Schön. Und ich habe die Zeit genutzt und ein bisschen gearbeitet. Schön. Und es hat sehr gut geklappt. Gut, dann geht es jetzt weiter. Ja. Es ist Abend geworden. Hier hinter mir geht die Sonne gerade unter. Wir wollten jetzt nicht in Meißen schlafen, obwohl es da einen sehr schönen Wohnmobilstellplatz also direkt am Elbrufer gibt. Aber eben auch gleich neben der großen Straße. Und morgen ist Werktag. Und wir haben einen kleinen Hund dabei. Und deswegen suchen wir uns ein bisschen ein ruhigeres Plätzchen. In der Natur fahren jetzt noch ein kleines Stückchen. Sind aber auch in 20 Minuten da. Halbe Stunde. Machen dann noch ein bisschen Abendessen. Und morgen geht es dann weiter in Richtung Erzgebirge. Da freuen wir uns schon sehr drauf, weil da waren wir alle noch nie. Bei mir ist es schon super lange her. Ich habe, glaube ich, vor 20 Jahren mal einen Ausflug drei Tage ins Erzgebirge gemacht. Da weiß ich nicht mehr so genau, wo ich da überhaupt war. Und ich freue mich richtig doll drauf. Und der Chrissy war da auch noch nie so richtig im Urlaub beziehungsweise hat sich nichts angeguckt. Stimmt. Ich war schon mal beim Fußball in Aue. Außer beim Fußball in Aue gegen Dresden. Da war ich schon mal beim Fußball. Aber sonst kannte er da auch nichts. Und deswegen sind wir sehr gespannt und freuen uns auf die nächsten Tage. Mal gucken, was es da alles so gibt. Juhu! Wir sind an einem superschönen Stellplatz angekommen. Die Sonne ist schon fast untergegangen und wir gehen jetzt noch eine kleine Runde mit Hedwig. Und dann war es das bis heute. Dann war es das für heute. Genau. Und dann war es das für heute. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Guten Morgen. Wir hatten eine sehr ruhige Nacht hier auf unserem Stellplatz. und jetzt geht die Reise weiter. So, Parkschein ist gelöst. Wir sind mitten in Freiberg und jetzt geht's ab in die Altstadt. Wir freuen uns. Der Legende nach war es ein glänzender Erzbrocken am Straßenrand, der den Weg Freibergs zur Silberstadt bereitete. Das ist jetzt 850 Jahre her, doch bis heute ist der einstige Reichtum der Stadt überall präsent. Von den silbernen Zeiten zeugen mehr als 550 denkmalgeschützte Bauwerke rund um den spätmittelalterlichen Stadtkern Freibergs. Dazu zählen die 1765 gegründete Bergakademie Freiberg oder der Dom St. Marien mit der weltbekannten Silbermannorgel und der berühmten goldenen Pforte. Einen wahren Schatz beherbergt auch das prachtvolle Schloss Freudenstein. Mini und ich sind jetzt im Mineralienmuseum und wir sind schon übelst gespannt drauf. Erstmal Fahrstuhl fahren jetzt. Die Terra Mineralia, die größte Mineralienausstellung Deutschlands mit über 3500 Mineralien, Edelsteinen und Meteoriten. Und wer noch tiefer eintauchen möchte in die Bergbautradition der Stadt, der wagt sich 150 Meter unter Tage bei einem Besuch des traditionsreichen Freiberger Silberbergwerks. Die Terra Mineralien Wir sind durch. Es war richtig schön, richtig viel zu sehen. Der Mini hat natürlich noch mal schön einen kleinen Schatz abgesahnt. Und jetzt geht's zurück zum Bus. Wir irren jetzt schon, glaube ich, eine Stunde durch Freiberg rum. Ich habe mir nicht gemerkt, wo der Parkplatz ist. Mal schauen, ob wir heute noch Erfolg haben. Kannst du noch? Ja. Geht so, ne? Wir haben es zum Glück wieder zum Bus geschafft. Susanne war so lieb und ist uns etwas entgegengekommen. Entgegengekommen? Ich habe euch gesucht, weil ich wusste, ihr seid verloren. Wir sind bestimmt vier, fünf Kilometer gelaufen heute. Aber naja, so ist es manchmal. Es war sehr schön in Freiberg. Wir kennen die Innenstadt jetzt auch sehr genau. Und jetzt geht es weiter Richtung Erzgebirge. Susanne, wo sind wir? Greifensteine. Okay, freust du dich? Ja. Wir gehen jetzt eine kleine Wanderung und dann schauen wir mal, wie die Greifensteine so aussehen. Die Greifensteine sind eine Felsformation im Erzgebirge auf dem Gebiet der Stadt Ehrenfriedersdorf im sächsischen Erzgebirgskreis. Der höchste der sieben Granitfelsen erreicht eine Höhe von 731 Metern über Null. Weitere sechs Felsen wurden durch Steinbrucharbeiten Anfang des 20. Jahrhunderts bereits abgetragen. Und Susanne, wie war es? Wunderschön. Da stand geschrieben, man würde irgendein Schloss hier aus der Umgebung sehen. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht entdeckt. Oder wenn, dann war es sehr weit weg. Man hätte jetzt noch oben auf der Spitze für einen Euro so ein Aussichtsfernglas machen können. Oder zweimal 50 Cent. Ich hatte aber nur noch einmal 50 Cent und ein 2-Euro-Stück. Also konnten wir leider nicht gucken. Genau, auch hier für den Eintritt braucht man ein Euro-Stück oder 50 Cent-Stücken. Für einen Euro darf man mal hoch. Alles klar. So, jetzt laufen wir noch zu der Höhle da, ja? Ja, wo ist die? Kleine Wanderung noch. Da lang. Okay. Durch die kulissenartige, ringförmige Formation der Felsen werden diese seit etwa 1953 in den Sommermonaten als Naturtheater Greifensteine für Freilicht- und Kulturveranstaltungen in Anspruch genommen. Nicht nur die Einzigartigkeit dieses Landschaftszuges, auch zahlreiche Freizeitangebote, Wanderungen und andere kleine Abenteuer da locken viele Besucherinnen und Besucher jährlich zu den Greifensteinen. Wie war's? Ja, man kam ja nicht weiter, aber ich habe auch wieder mal das perfekte Schuhwerk an für so eine Aktivität. Das ist eigentlich ideal, ne? Ja, eigentlich schon. Ah, die war überflutet, die Höhle, ne? Ja, ich trau mich auch nicht rein. Es ist richtig eklig, so ein bisschen Matschepampe und so. Da sind bestimmt auch Fledermäuse drin, ne? Könnte sein. Wahrscheinlich fliegen die dann hier oben rein, irgendwie. Ja. Ach da, ja. Oder irgendwo. Hier sind ja tausende Eingänge. Ja. Das ganze Zeug. Hier sitzt der Holzmechel drin. So, wir waren jetzt bei den Greifensteinen. Ihr habt die Bilder gesehen. Es war wunderschön und jetzt fahren wir zu unserem Schlafplatz für heute. Guten Morgen von unserem Stellplatz. Wir sind gestern Abend noch ein kleines Stück gefahren auf einen Wanderparkplatz. Und jetzt hat die Hedi mich aus dem Bett geschmissen. Ich bin noch komplett verbimmelt. Es ist 5 Uhr 30 oder irgend so was. Die Sonne ist schon aufgegangen. Es ist relativ kalt. Ich brauche einen dicken Pullover. Und dann wollen wir heute Richtung Oberwiesenthal aufbrechen. Mal gucken, was wir da auf dem Weg hin noch alles so erleben oder entdecken, was uns irgendwie interessiert. Aber erstmal wach werden. Wir haben Frühstück gemacht und sind jetzt einigermaßen fit. Ich habe ein bisschen die Zeit genutzt zum Arbeiten und jetzt fahren wir los in Richtung Schwarzwassertal. Da soll es ein paar wunderschöne Aussichtspunkte geben. Und auch die Wanderstrecke, die da ist, soll richtig schön sein. Und heute ist das Wetter ein bisschen kalt. Wir hatten sogar die Heizung morgens an. Hoffentlich wird es im Tagesverlauf noch etwas besser. Aber ansonsten freuen wir uns auf den Tag. Später soll es noch nach Oberwiesenthal gehen mit der Fichtelbergbahn. Mal schauen, ob das klappt. Ansonsten schauen wir mal, was der Tag heute noch bringt. Ja, und das ist jetzt hier der Eingang zum reicher Silbertroststollen. Und da wurden Silber-, Kupfer- und Zinnärzte gewonnen. Und hier ist aber 1769 ein schweres Grubenunglück passiert. Es wurde ein Feuer gesetzt, was dazu geführt hat, dass Gase unvollständlich verbrannt sind. Die waren giftig. Und als den Ort einer begutachten wollte, wurde der bewusstlos. Fünf weitere Bergleute sind auf dem Weg, den zu retten, auch bewusstlos geworden. Und erst nach mehreren Tagen, als der Grubenraum so richtig ausgelüftet war, konnten die sechs toten Bergleute dann geborgen werden. Wir sind jetzt gerade im Ort Bärenstein und der ist getrennt durch die deutsch-tschechische Grenze. Und jetzt ratet mal, was wir machen. Chrissi, erzähl es mal. Wir fahren kurz in die Tschechei. Und was machen wir da? Da werden wir gucken, ob wir was kaufen können. Tanken will er. Er will tanken. Vor allen Dingen Diesel. In Tschechien. Genau. Schauen wir mal, wo wir was finden. So, wir haben jetzt die Bimmelbahn gejagt. Also Bimmelbahn wird sie hier von den Einheimischen genannt. Die offizielle Bezeichnung ist Fichtelbergbahn. Die fährt von Kranzahl nach Oberwiesenthal. Und Oberwiesenthal ist so ziemlich der letzte Ort vor der tschechischen Grenze hier im Süderzgebirge sozusagen. Und hier sind wir jetzt rumgefahren und haben diese Bahn gejagt, weil wir die gerne filmen wollten für euch. Mitfahren hatten wir uns erst überlegt zu machen, aber die fährt eine Stunde für eine eigentlich relativ kurze Strecke. Und man sieht ja auch gar nicht so viel von der Bahn, wenn man drinnen sitzt, weil es nämlich auch mit einer Dampflok betrieben wird. Deswegen haben wir uns überlegt, wir filmen sie diesmal von außen. Und nach zwei oder drei Stationen haben wir sie endlich erwischt und können sie euch zeigen. Es war auf jeden Fall ziemlich cool. Und die war auch richtig voll, obwohl Bergtag Vormittag ist. Also ich glaube, die ist schon gut besucht als Touristenattraktion. Und die Strecke ist auch herrlich durch den dichten Wald und durch kleine Ortschaften und so weiter. Ich denke, das kann man zu jeder Zeit, zu jeder Jahreszeit mal machen. Wir sind angekommen an einem wunderschönen Platz und von hier aus wird unsere Wanderung beginnen. Das ist hier das Schwarzwassertal und wir sind äußerst gespannt. Das Tal der Schwarzen Pockau, welches meist Schwarzwassertal genannt wird, zählt wegen seines unverbauten Wildbachs und dem Kerbsohlental zwischen Kühnheide und der Kniebreche zu den schönsten Mittelgebirgstälern Deutschlands. Die Schwarze Pockau entspringt auf knapp 900 Metern in einem Hochmoor im böhmischen Erzgebirge, fließt durch das Naturschutzgebiet Schwarzwassertal und mündet schließlich bei Pockau in die Flöha. Besonders eindrucksvoll sind die Felsformationen im Naturschutzgebiet entlang des Schwarzwassertal-Wanderwegs. Direkt neben dem auf der Talsohle entlanglaufenden Wanderweg ragt der Nonnenfelsen in die Höhe. Er ist die eindrucksvollste Formation des Tales. Die 60 Meter hohe Felswand ist auch bei Kletterern sehr beliebt. Die Teufelsmauer befindet sich nur wenige Meter flussaufwärts. Auch sie wird gern von Kletterern genutzt. Also hier im Erzgebirge kann man ja überall sehr gut wandern. Es ist wunderschöne Natur, Flüsse, Berge. Ihr hört es im Hintergrund vielleicht rauschen. Und hier gibt es ein paar echt richtig, richtig schöne Stellen. Zum Beispiel hier direkt vor mir die Teufelsmauer und den Nonnenfelsen zeige ich euch. Das ist einfach traumhaft schön. Aber schaut euch doch nochmal hier hinter mir dieses coole Felsmassiv an. Echt wunderschön. Also Susanne hat gerade einen Winterfilz entdeckt. Ich zeige euch den mal. Aber den werden wir auf jeden Fall hier stehen lassen. Da ist das gute Stück. Ein Austernseitling auf jeden Fall. Im Winter natürlich ein absolutes Geschenk, weil es nicht viele andere Pilze gibt. Aber wächst natürlich auch im Rest des Jahres. So jetzt sind wir auf dem Katzenstein angekommen. Das war eigentlich das Ziel unserer Wanderung. Und es war eine richtig schöne Runde. Es wird so ungefähr fünf bis sechs Kilometer gewesen sein. Nicht so anstrengend. Und der Weg unten an der Schwarzen Pockau war richtig, war wunderschön. Ihr habt die Bilder gesehen. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Der Katzenstein ist der meistbesuchteste Aussichtsfelsen im ganzen Erzgebirge. Er liegt 90 Meter über der Talsohle und bietet einen atemberaubenden Weitblick. Der Katzenstein. Der Katzenstein. Der Katzenstein. Die Wanderung hat das erste Opfer gefordert. Was hast du? Bist du schlapp? Zwei Opfer! Wollen wir es nochmal versuchen? Klasse! Wir schaffen das nachher. Das letzte Stück noch. Guten Morgen hier vom Katzenstein. Wir hatten eine wirklich sehr ruhige Nacht. Unsere Fahrt geht jetzt weiter. Wir fahren jetzt zur Talsperre Eibenstock hier im Erzgebirge. So, wir sind angekommen an unserer wahrscheinlich letzten Haltestelle hier im Erzgebirge und zwar der Talsperre Eibenstock. Mal gucken, wie die so ist. Durch die vielen Talsperren und Stauseen des Erzgebirges haben sich in der Landschaft ganze Wasserreiche entwickelt, eingebettet in die Natur der Region. Über eine Million Menschen werden mit dem Wasser der erzgebirgischen Speicherseen versorgt. Nicht zuletzt deshalb gibt es im Erzgebirgskreis die meisten Stauseen in Sachsen. Die Talsperre Eibenstock steckt aus sächsischer Sicht voller Superlative. Sie ist die größte Talsperre im Freistaat und der Stausee hat das größte Fassungsvermögen aller sächsischen Talsperren. Erbaut wurde sie zwischen 1974 und 1987. Sie dient der Industrie- und Trinkwasserversorgung in den Großräumen Chemnitz und Zwickau sowie der Energieerzeugung. Baden und Wassersport sind hier leider nicht erlaubt, aber Angelfreunde kommen auf ihre Kosten. Zudem wird die Talsperre vom europäischen Fernwanderweg E3 passiert. So, das war die Talsperre. Leider hat das Wetter nicht so hundertprozentig mitgespielt. Es nieselt ein bisschen. Susanne schmiert uns jetzt noch Schnitten für die Heimfahrt. Ich hab schon welche. Schnitten. Wie sagt ihr, schreibt es mal in die Kommentare. Schnitte, Stulle, Bämme. Bei uns, da wo ich herkomme, sagt man auch Bämme. Eine schöne Gäsebämme. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr zu einem belegten Brot sagt. Ansonsten hoffen wir euch, hat das Erstgebirge in Südsachsen gut gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, dann fahren wir nämlich nach Ostsachsen, gucken uns Dresden und das Elbsandsteingebirge an. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn es euch bei uns gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.